Falsche Seite Okay Na dann Ja ich muss ja echt gucken erstmal hier Wo ist er denn? Da Was hat das Ding denn gekostet? Äh vergleichen Scanner Reichweite ist ein bisschen besser Aber Schadenspotenzial ist gleich Okay Das ist doch auch schon so eine Verbesserung Oder? Ach haucht dann Haucht dünn daneben Ein kleines bisschen verkaufen Wo ist denn jeder? In der Markt Wo ist er? Da ist er Mal gucken ob ich noch ein paar Öcken zusammenkratzen kann Ja Ähm Was nehmen wir denn? Das kriege ich auf dem Planeten recht einfach Danach bin ich pleite Ach Guck an Da ist er Wo wolltest du denn hin? Wo wolltest du denn hin? So Vergleich Vergleich Einkaufen Mache ich auch gerade Neues Multi-Werkzeug Vektorstrahler 73R Klasse C Hack oder Kack Machen wir So Multi-Werkzeug Das ist jetzt mein Multi Werkzeug Hm? Multi-Werkzeug Upgrade Station Okay Okay Ja gut Da braucht man Geld Okay Dann gucken wir mal Was wir machen können Mit unserem Multi-Werkzeug Wellenform Wiederverwerter Technologie Installiert Ja Das Verräter Das haben wir ja auch noch Das haben wir hier Terran Monopulator Blitzwerfer Romatisches Metall Und Äh Kohlenstoff Nano Rohr Okay Kohlenstoff Nano Rohr Das kriegen wir hin Äh Ne Das war falsch Kohlenstoff Nano Rohr Wie viele waren das? Zwei Ne Ich weiß es nicht Ne Es waren drei Okay Dann soll es so sein Holen wir uns drei Blitzwerfer Modul Okay Ist ein Modul Das kommt mal in die Rampenerie Äh Da Raumschiff Und chromatisches Metall Ich hab keins mehr Ach guck mal Hier hab ich noch Mordid Ach Schau an Was haben wir denn hier noch Habe ich echt zu wenig Kupfer? Oh Na gut Aber magnetisiertes Verrit Das könnte ich Äh Tatsächlich machen Äh Reines Verrit Machen wir erstmal Verrit Staub Aha Da kommt einer Da kommt einer Beim Schrotthändler Äh Nicht Raumschiff Hier Keines Verrit Fertig Warte Moment Moment Ja gut Wenn du über das Leben Leben nachdenkst Ach Gott Das macht ja noch mehr Spaß Und man kann sich so richtig In das Spiel hier Verlieren Was wollte ich denn jetzt? Achso Verrit Magnetisiertes Verrit Da hätten wir es doch Aber nicht genug Wie viel brauche ich denn? 100 Okay Ja gut Okay Das geht Kriegen wir hin Das bisschen warten wir eben schnell noch ab Na Ah ja Gut Das Marker So Markers Kann das auch hergestellt werden? So Den Wellenformgeber installieren Erledigt Dann noch chromatisches Metall So Achso Hier kann ich keine Waffe Keine Waffe tragen Wo soll ich jetzt hin? Korvax Anlage Korvax Anlage Okay Dann machen wir doch mal die Korvax Anlage Das müsste ja auf meinem Planeten sein Dann schauen wir mal Da ist meine Base Sag nicht nicht dieser Planeten Das war jetzt echt toll Na gut Dann so Das packen wir schon Einmal auf den Pult Na nochmal ein Schlückchen Überdrohung 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 140.000 Wo bist du? Pirat Da Ist halt Kopfgeld Ne? Jetzt brauche ich ja das Geld Ich bin ja pleite Wo ist er denn jetzt? Bedrohungstufe Erheblich Wo ist er? Na Ich finde ihn gerade nicht Ah Da Na Doch nicht so Mann Falsche Taster gedrückt Hier Mann Nicht in Reichweite Jetzt bist er aber gleich in Reichweite Mein Freund Nicht mehr lange Noch So geht das So und nicht anders Ernsthaft? Wo ist der denn jetzt? Ah Da Ja Da müssen wir mal durch Na Komm Ab Ziel Na komm Eieieieieieiei Eieieieieieieieiei Ha Ha So geht das Ah Wie viel Geld haben wir wieder? Ah ja Kleines Polster Ist auch gut Wo ist jetzt hier unser Ziel? Hä? Wo? 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 Da. Da machen wir mal den Infiltrator. Das kann nicht gut gehen. Oh. Landen, landen, landen. Hei, hei, hei. Oh. Äh. Scanner-Modul. Achso. Soll ich mit E installieren? Ah. Okay. Okay. So. Infiltriere die geheime Kovacs-Anlage. Habe ich doch hier schon gemacht jetzt, oder was? Ah. Äh. Kann nicht installiert werden, okay? Aua. Nee, so nicht. Ist ja eine Frechheit. So. Da müssen wir irgendwo hin. Ja, verdammt, liebt das Tierchen. Hat mich einfach angegriffen. Komme ich ja gar nicht mehr drauf, klar hier. Kann man damit gut aufbauen? Ui, lecker. Verrückt, staub, muss ich auch noch ein bisschen bauen. Ja. Wo? Wo? So nicht. So was lasse ich mich hier nicht ein. Okay. Ja, das wird jetzt lustig. Ha. Ziel in Reichweite. Signal wird festgelegt. Okay. Was ist das denn da hinten? Leotuxum. Okay. Sieht hier aus wie ein Dinosaurier. Ist er da vorne, der so'n Krach macht. Okay. Lau. Ich glaub, das war falsch. Wächter suchen. Okay. Taktischer Rückzug. Lauf doch mal ein Stück schneller, du. Oha. Oha. Wie soll ich die denn infiltrieren? Mann. Nervt nicht, du dummes Viech. Und das hat noch keinen anderen Modus. Okay. Steht da in der Mission, wie ich das machen soll? Was, wenn alle Wächter, also wenn man alle Wächter tötet, kommen auf dem Planeten keine mehr? Echt? Naja, du hast gerade gesehen, dass die Waffe nicht, ähm, ja. Nicht gerade die Beste ist. Mit G-Blitzwerfer aktivieren. Ist aber nicht aktiviert, oder was? Technologie installieren. Achso, ja. Verdammt, ich auch. Äh, gibt's hier Kupfer? Silber. Kupfer. Dann müssen wir einmal doch da hin. Wenn wir schon mal hier sind. Das muss sein. Fleischestücke. Das kann man mit den Dingern eigentlich machen. Fleischige Stücke. Verzehren. Ah, okay. Okay. Ja, den Schleim nehme ich jetzt aber auch mit. Wenn ich schon dabei bin. Muss ich tatsächlich Kupfer absammeln? Natrium in den Stein. Oh. Das ist ja interessant. Autsch. Das ist nicht gut gewesen. Auch das war nicht gut. Kann ich denn meine Waffe wechseln? Multiverkzeug. Wie wechselt man denn die Waffe? Gibt's da überhaupt eine Möglichkeit dazu? Oh ja, Strahlungsschutz nimmt ab. Das ist es nicht. Bibliothek. Sekundärwaffe ändern. Äh. Kampfresier. Tangerät. Tangerät. Ähm, ja. Okay. Was auch immer das jetzt gerade war. Äh. Äh, ja. Das ist jetzt nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lasst mich in Ruhe, ihr Viecher. Was? Joa-Station. Joa-Station. Aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Hoi, hoi, hoi. So, Startschubdüsen sind bei 0%. Kein Thema. Kriegen wir gleich hin. Ich hab noch ein bisschen was. Was war das denn? Ach, Terrain. Wo ist denn? Ich möchte mal wissen, wo mein zweites Multitool ist. Das ist doof. Fortgeschrittener. Okay. Ach da. Was brauche ich dafür? Kohlenstoff-Nano-Rohr. So. Ist doch alles kein Thema. Kriegen wir ihn. Wenn die Taschen nicht so voll wären. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Irgendwelche Viecher, die mich angreifen hier. Wo? Nicht zu sehen, okay. Ähm. Genau. Ähm. Wo ist es? Minenlaser-Terrain-Monopulator. Sehr gut. So nicht. Das ist alles nur für Kupfer hier. Mit X. Ja, bitte. Wer klopft hier so laut? Ah. Okay. Verstehe. Jetzt hab ich's verstanden. Jetzt ist aber auch zu spät dafür. Habe ich schon rausgefunden, wie ich das installiere. Hatte noch was davon. So. Exo-Anzug. Das da kommt mal weg. Und das da. Halt. Nein. Nicht das chromatische Metall. Ich brauche... Was kann man denn damit machen? Gar nichts. Okay. Wo ist... Kupfer. Oh, das war nicht viel Kupfer. Aber genug. Und er drückt die falsche Taste. Nein, ich will doch hier kein hermetisches Sing. Das ist doch... Waffenforschung, Blitzwerfer. Multitool. Chromatisches Metall. Jawohl. Ja. Schon kann ich's bauen. So muss das sein. Blitzwerfer installiert. Oh. Oh. So. Projektilwaffen wie der Blitzwerfer erfordern Munition. Stelle Munition in deinem Inventar her und lade mit R nach. Okay. Stelle sie mit Linksklick in freien Plätzen her. Okay. Moment. Ach ja. Okay. Projektil. Munition. Mit Verrätstaub. Ja gut. Sehr viel Verrätstaub habe ich nicht mehr, ne? Nee. War klar. Okay. Wäre dann so. Wo ist denn hier meine Quest, die ich hab? Uhu. Quest. Wo bist du? Wo ist doch hier? Da. Da. Diese Mission. Da springt wieder einer von meiner Nase rum. Wo ist denn jetzt hier die Quest? Bin ich denn jetzt dolle? Äh. Ein Wissensstein. Toll. Habe ich mich hier aber auch verlaufen. Kinders. Ich? Dein Goldflash? Nö. Ich hab ihn nicht. Ich bin unschuldig. Ich find meine Quest nicht mehr. Wo ist meine Quest? Viel schlimmer. Ich sollte zu meinem Schiff. Da war das so mit Sicherheit zu finden. Fliegt er mir vor der Nase. So. Aufladen. Start Schubflüge. Gut. Irgendwo hier war die Quest. Okay. Ja, aber wo ist die denn jetzt? Da ist dein Raumschiff. Ich war noch nicht so weit weg. Moment. Vielleicht sollte man einfach mal die richtige Quest markieren. Dann klappt das auch. Ah. Da wollen wir mal infiltrieren. Wo will er denn jetzt hin? Das kann doch nur schief gehen. Hab ich denn überhaupt genug verriet dafür, um Munition herzustellen? Na ja, ein bisschen, ne? Also auf der Station hattest du den noch. Da ist er mir ja vor der Nase geschwommen. Übrigens sieht er auch nett aus. Aber wurde denn jetzt das? Das kann ich dir nicht sagen. Verstärkte Tür. Okay. Mit der richtigen Waffe klappt das auch. Okay. Wenig Munition. Alarmschufe, rosa, rot. Natrium. Ja, genial. Ich hab zu wenig Material dabei, oder was? Der Schrott kommt jetzt mal weg. Ich brauch Platz. Äh. Geht leider nicht anders. Ja, ich hoff's mal für dich. Wär schade drum, ne? So. Äh. Einmal so, einmal so. Tralali, tralalo. Ne, das ist chromatisches Metall. Ja, Sorkamal. Kohlenstoff. Ich hab zu wenig Kupfer. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sag nicht, ich muss Kupfer sammeln. Verschlossene Tür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch verschlossene Tür. Wo hab ich denn hier Kupfer jetzt? Irgendwas in unmittelbarer Nähe. Nicht wirklich, ne? Äh. 500, uh. Uran ist ja auch. Oh, interessant. 400. Hm. Silber. Uran. Okay. Ja, Uran brauer nicht. Also, ich muss Kupfer. Bleistige. What? Okay. Dann, wo war das 400, uh, entfernte Ding? Da. Ich befürchte, das wird das sein, was ich abgegraben hab schon. Hm? Hm. Okay. Schneller. Wo ist mein Schiff? Ui, 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 ui. Up in the loop. WeHS. So, wenn wir dann hier schenary in dem Gai concepten Value. Oh. Oh! Oh! You. Oh. 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 뜯ер. Oh. Oh. hau 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 uiuiuiuiui heftig heftig die wächter entdeckt ja ich hab's versucht aber oh gott jetzt kommt noch ein sturm ich muss mal ein bisschen wegfliegen meine Güte ist jetzt hier ein Action ok ok ganz so ups na komm lande instabiler Nebel ernsthaft was ist denn jetzt wächter elite einheit ah wächter suchen muss ich wohl mal weg hier na komm ihr findet mich nicht hm was war das denn hier ach die wasserstoffe oi haha ja ist ein bisschen verstrahlt die Ecke ja läuft ich ich hab's ja abgehängt war zwar knapp aber ich hab's überlebt so wo ist denn jetzt hier Infiltration ah ah perfektes Timing na komm äh kann ich nochmal kurz das war's das war's mit kurz äh ah hier einmal landen so wo war denn jetzt hier chromatisches Metall so da so einmal munitionieren mhm mhm was ist das denn hier schönes verdichteter mhm was es also so schönes gibt was war das meine herren ist das laut meine herren ist das laut ganz schön laut gewesen äh das terminal ist halt upgrade modul aha doch gut protokolle herunterladen die videos überprüfen ähm einer der internen sensoren hat bewegungen in der fabrik aufgezeichnet zeigt mir ein video von der lüftung zu meinen füßen ich bin hier drin nicht allein na na zurücktreten ok ok kleine haarige figur ok ja gut füttern ok 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 so so die wächter haben mich schon wieder entdeckt ok du hast hier noch was liegen du hast hier noch was liegen so nicht ok 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 kervann Oh, dem mache ich ja kaum Schaden. Irgendwas greift mich auch noch an. Uiuiuiuiuiui. Ich heb mal ab. Muss ja noch ein Signal. Störung in dem Meer. Mal einen schnellen Flug machen. Hey, die Witzka. Einmal vereinen, was als nächstes passiert. Kein Problem, wir haben, was wir brauchen. Ich konnte Signale aufzeichnen. Ah, das ist gut. Die richtige Spur. Okay. Ja, ich musste einmal da weg, echt. Das wurde mir zu haarig. Hab ordentlich was abgekriegt. Ähm. Da musste ich den Jägern ja auch noch entfliehen. So. Jetzt soll ich zur Anomalie fliegen. Wo ist die denn jetzt? Achso, mit X. Ja. Noch ab in den Landlandflug gedacht. Reden macht durstig. So, mit wem soll ich sprechen? Mit Nada. Okay. Ein bisschen Progress machen hier. Ne? Ja, jetzt hat's aber gerukelt hier. Da gucken wir mal. Nada, wo bist du? Wo bist du? Da. Hallo Nada, wie geht's dir? Apollos Clan, äh, Plan erklären. Machen wir. Eine reisende Entität, die Nada nicht kennt. Aber sie kennt die Artemis Entität. Äh, die Nachrichten, Neuigkeiten beunruhigen, Nada. Okay. Oh, ist er beunruhigt? Was ist zu tun? Hm. Aha. Sollen wir wieder mit Polo sprechen? Ja, wenn Nada Frieden hat, dann ist das doch gut, oder? So. Oh. Quecksilber. Das ist doch hoch. Das ist doch gut. Höre Apollos Plan fort. Suche nach der Quelle der Wächter-Energiespur. Herr in den Welthaupt zurück. Okay. Machen wir. Das ist doch auch hoch. Beyonce. Vielen Dank.